Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Assassin's Creed Broadhood. Ich habe gesagt, wir starten bei einem Ausrufezeichen bei der Mission, aber wir wurden hier schön brav vor einer Schatztruhe spawnten, vor einer Schatztruhe. Also nehmen wir die noch mit und laufen einfach hin. Da kann ich jetzt leider nicht an der Seilbahn entlang. Naja, ist ja nicht schlimm. Einfach weiter auf den Dächern. Wobei, komm, da schneide ich ihn raus. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ja, und jetzt da beim... Oh, da ist auch ein Schatz. Beziehungsweise eine Kiste, die nehmen wir noch mit Lammblut. Kaiserlichen Bezirk. Ja, da fahren wir hin. Die Galada-Festung ist sicher. Doch Yusuf ist noch nicht von seinem Kampf zurückgekehrt. Gehen Sie zu Feste im nördlichen Kaiserbezirk in der Nähe des Bazaars und suchen Sie ihn. Im nördlichen Kaiserbezirk kann ich einen Konflikt auslösen. Okay, das heißt, wir dürfen nicht gesucht werden. Wir dürfen keinen Kampf nehmen. Machen. Das heißt, wir machen die Mission und dann machen wir uns weiter darauf. Die Fragmente zu... Mal gucken. Komm her, greif mich an. Ich meinte, du sollst mich angreifen. Damit ich das machen kann. Und du fällst dir ins was, weil du ein Kackbomb bist. Plündern. Ich wollte dich plündern. Schade. Ihr kämpft, als kämpft ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sieh, um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazaarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Okay. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau. Hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein stimmiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, El-Zio. Ihr führt Krieg gegen Selim. Viele Versern und westlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulten. Aber eure Augen sind offen, See. Hemm der Fall, Taschigibir. Glaubt mir. Okay, wir müssen ihn einfach folgen. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? El-Zio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Okay. Ah. Ah. Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Hier steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir bocken sie uns vor den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Hm, wer ist der Mentor hier, El-Zio? Das frage ich mich langsam. Machen wir 101, komm, 101, komm, 101, ich pawn dich. Komm, komm. Ich pawn dich, du kackboon. Ich pawn dich, ja, genau dich. Aber egal. Bomben sind cool. Also, da kann man viel machen damit. Was haben wir hier? Das müsste... Was haben wir hier? Untersuchen. Fraktionsgebäude, okay. Ja, ich wollte nur wissen, was das ist. Natürlich müssen wir uns sputen. Jetzt dürfen wir auch Bomben benutzen. Okay. Nun, ihr. Mach mich stolz. Eine Kirschkülle-Bombe auf die Straße werfen, um die Wachen zum Ursprung des Lärms zu locken. Okay, Waffendraht. Dann brauchen wir die Bombe. Jetzt können wir Bomben werfen. Man sieht hier schön, ich kann sie weit hochwerfen. Bups. Dong. Oh, das war knapp. Ja. Er zeigt einen lauten Knall und lockt Wachen in Hörweitern. Da gehen sie. Ja, aber du läufst irgendwie wie... Naja. Oh, da müssen wir hoch. Okay. Nutz doch deine Klinge, wenn du schon eine hast. Schatz, Schatz, Schatz. Mein Schatz. Mitnehmen. Und weiter nach oben. Schwefel haben wir bekommen. Danke sehr. Zack, so. Ich möchte da gerne rumgleiten, aber der will nicht. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist zu packen und zu gehen. Sven, ihr sagt für die Ablenkung. Ich schicke sie nach Hause. Okay. Oh, da haben wir viele Assassinen. Gucken wir mal, wen wir töten müssen. Okay, der wird von denen genommen und der da oben sollte... ...von Yusuf eliminiert werden. Und wir töten diesen anderen Schütze da unten. Den Winchester da. Ja, ja, ich musste den noch töten. Tut mir leid. Wenn die Templer einer unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet. Dann seht ihr ihn vielleicht wie einen V-Umherstolz hier. Ah, das suchen, das ist auch immer. Das ist eure legendären Sinne, ein Ezio. Und sucht die Straßen ab. Dann findet ihr euer Ziel. Das ist er nicht. Das ist er. Den müssen wir jetzt töten. Erstmal hier rüber. Haben wir... Wir haben hier Wurfmesser. Danke. Zack. Na, wo bist du? Dich will ich aber mit dem hier töten. Boom. Weg mit dir. Jetzt müssen wir die Feste einnehmen. Also, hier rüber. Kommen, gut. Und jetzt nach oben. Gut. Lief doch alles wie am Schnürchen. Und hoch. 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 Haben wir hier oben was? Ich seh nix. So, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das gleich synchronisiert wird oder nicht. Ich denke, aber es wird synchronisiert. Okay, wir zünden den Leuchtturm an. Nein, wir zünden die nur an. Also müssen wir noch synchronisieren. Ah, nee. Das wurde sogar automatisch synchronisiert. Das ist natürlich schön. Ist das schon das Ende von Sequenz 2? Heilige Scheiße. Lief doch alle Senderungen. Synchronisiert. Sequenz 2 ist beendet. Istanbul und Konstantinopel. Oh, yeah. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85%. Ist das ernst? Ich bin nicht sicher. Desmentswerte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran? Drehwurm. Oh, ich brauch noch einen Drink. Drehwurm-FTV. Wow. Und weiter drehen, Ezio. Drehen und springen. So, jetzt sind wir wieder auf der Animus-Insel. 16? Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich... Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das... Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Oh, er ist 16. Komm, redet wieder mit mir. Standen Sie sich nah? Desmond und Brusing? Ich meine, näher als Freunde? Äh... Tja, Sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Hm. Interessant. Mehr nicht? Nur interessant? Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache... ...sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Ich will da hoch. So. Naja, dann gehe ich halt da nicht hoch, sondern mach ganz normal weiter, wenn ihr das wollt. Tz? Aber da kann ich hoch. Nein, kann ich natürlich nicht. Doch! Boah, ich kann da hoch. Ich bin so gut. Und stehe wieder irgendwo. Da gibt es auch ein paar coole Bugs. Unter anderem soll... Finden wir hier einen? Ne, schade. Bei den Treppen ist das relativ lustig. Da steht er teilweise halb in der Luft. Claudia. Konstantinopel. Die Türken nennen es Istanbul. Hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazin, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss. Und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nicolopollos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masjaf-Schlüssel heranbringen. Jo, jetzt hier, mach mal. 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 Verloren und gefunden, Sequenz 3. Neue Gegenstände beim Schmied verfügbar. Schade. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht auf den Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sieh, aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Neue Gegenstände beim Schmied verfügbar. Da wollte ich nicht drauf, denn ich wollte zu dem Schatz entlaufen. Denn, oh, da sind zwei Kisten. Neue Gegenstände beim Schneiden und beim Buchladen freigeschaltet. Durch illegale Aktivitäten werden sie von Templern gesucht. Wenn es hoch genug ist, greifen sie uns an. So, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen versteckte Gruft. Okay, was haben wir hier? Wir haben Garn. Ah, hier wäre die Mission. Diebauftrag. Piri Reis. Gehen wir zu Piri. Gehen wir zu Piri. Gehen wir zu Piri. Gehen wir zu Piri. Er ist Piri Reis. Das sehen wir gleich. Gehen wir erst mal zu Piri. Piri Reis. Okay, und. Gehen wir erst mal zu Piri. Oh yeah, da machen wir. Moment. So, da sind wir wieder. Tut mir leid für diese kleine Unterbrechung. Ist ja egal. Fuck you. Und hier hat man es wieder gehört. Lol. Ich habe voll drüber geschlagen. Aber egal. Der redet genauso wie... Ähm... Diese... Wie diese Buchhändler. Aber wir gehen hier jetzt erst mal rein. Gucken wir mal, was du bist. Sprechen. Ah, da kann ich mir Schießpulver kaufen. Okay. Hülsen kann ich nicht. Effekte auch nicht. Piri Reis. Piri Reis. Haik Ahmed Muhit Piri. Wurde irgendwann um 1476 plus minus ein paar Jahre irgendwo im Osmanischen Reich geboren. Und war nicht ganz so mysteriös, wie es anhand dieser Wagenangabe scheinen mag. Er war ein fähiger Seemann und Offizier der Osmanischen Marine. Schon in jungen Jahren faszinierte ihn die See. Und seine erste Erfahrung machte er als Freibeuter mit seinem Onkel Kamel. Zusammen im Mittelmeer. Bei Kaperfahrten von zweifelhaftigen Legalitäten. Als er Mitte 20 war, trat er gemeinsam mit seinem Onkel der Osmanischen Marine bei. Und tauschte seine Frei gegen eine respektivere Stellung ein. Gegen Ende des Osmanischen-Venezianischen Krieges im Jahr 1503 des Piri's Abenteuer und Kriegslust etwas nach und er wanderte sich intellektuelleren Interessen zu. In der Mitte des ersten Jahrzehntes des 16. Jahrhunderts begann er ein ernsthaftes Studium der Kartografie. Zu dieser Zeit trat Piri auch den Assassinen bei. Denn nach allem, was er in seinen Jahren auf See hatte miterleben müssen, lehnte er künstliche Grenzen, die Nationen voneinander trennten ab. Allerdings gehörte er nicht zu den kämpfenden Truppen der Assassinen, sondern diente ihn als Gelehrter und Ingenieur. Nach dem plötzlichen Tod seines Onkels im Jahr 1511 stach Piri wieder in See, um die Navigation zu studieren und seine Zeichenkünste zu verfeinern. 1513 hat er die Karte vollendet, die wohl zu berühmtesten aller Seekarten werden sollte und die als erste ihre Arbeit die Ostküste Südamerikas reichte. Detailgetreu, was wohl zu berühmtesten aller Seekarten werden sollte und die als erste ihre Art die Ostküste Südamerikas reichte Detailgetreu zeigte. Während der nächsten Jahrzehnte stellte Piri weiterhin Karten her und stellte sein seltenes künstlerisches und technisches Talent und Beweis. Doch erst mit Anfang 80 erhielt er offiziell den Titel Reis oder Admiral, als er schon längst zu einer Legende in den Osmanischen Marine geworden war. Das ist Piri Reis, den wir haben versp... Wenn ich mich nicht irre, gibt's bei dem später auch ein paar Quests. Aber... So weit sind wir noch nicht. Wir machen jetzt erstmal das Versteck hier und dann werden wir eventuell noch ein bisschen was suchen, etc. Geht erstmal weg da. Ich will da raus, ich will da raus. Erstmal das Versteck und dann noch ein paar Aussichtspunkte machen. Nächster Part wird dann ein bisschen wieder mit Fragmente sammeln, Schätze suchen. Und so weiter und so fort. Hier müssen wir rein, integrieren. Guck mal mal, was das hier ist. Okay. Da können wir noch nix machen, das ist doch Betrug. Versteckte Gruppe freigeschaltet. Kerker von Flatt, dem Pfähler, suchen sie das entsprechende Symbol auf der Karte. Flatt, dem Pfähler. Wo ist das? Flatt, dem Pfähler, hier. Versteckte Gruppe, da kommen wir noch nicht hin. Da kommen wir noch nicht hin. Da machen wir jetzt noch ein paar Aussichtstürme. Machen wir noch ein paar Aussichtstürme. Holleri, holleru. Zack. Zack. So. Ja. Ab. Was? Hagi Sophia. Zwei Vorgängerbauten standen an derselben Stelle, an der nun die Hagi Sophia steht. Beide wurden innerhalb von Jahrhunderten nach ihrer Errichtung zerstört. Die dritte Kirche jedoch, die von Kaiser Justinian im 16. Jahrhundert nach unserer Zeit errichtet wurde, war ein für die Ewigkeit gebautes Meisterwerk. Mehr als tausend Jahre lang war es die größte Kathedrale der Christenheit in Ost und West. Nach der oberen Konstantinobis durch die Osmanen im Jahr 1453 wandelte Sultan Mehmet die Kirche bald in einem Moscheum. Hagia Sophia Camille. Da er aber das Gebäude und seine Geschichte ehrte, ließ er die Struktur und die Einrichtung nahezu unverändert. Die vier Minarette wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahrhundert nach der Eroberung hinzugefügt. Heute ist die Hagi Sophia kein offizieller Ort der Anbetung mehr, sondern ein Museum. Wenn du sie besuchst, denk daran, die Stimme, die du in deinem Kopf hörst, könnte die der Multimedia-Besucheführung sein. Okay, erstmal da hoch will ich. Da kommen wir nicht hoch. Müssen wir halt hier hoch, ne? Aber jetzt geht's. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Das ist wieder zu weit für ihn. Zack, zack. Okay. Hoch mit der Zio. Nicht nach unten fallen, nicht nach unten fallen. Da oben sieht's aus, als ob es was geben würde. Gehen wir einfach mal hoch. So, hier können wir hoch. Zack. Hepp. Was haben wir da oben? Das könnte ein Datenfragment sein. Oder gar nix. Oder gar nix. Gar nix ist immer gut. So, erstmal hier. Zack, zack. Zack, zack. Egal, wenn ich mir jetzt wie getan hab. Synchronisieren. Da, auf der anderen Seite könnte was sein. Könnte das sein? Ist da oben? Da ist ein Animus-Datenfragment. Und das, ich weiß jetzt auch, wofür das hier sein könnte. Erstmal hier hoch wieder. Drei Fallschirme haben wir noch. Ich denke, da kann man nicht rüberklettern. Da muss man... Nein, Ezio. Du Kack-Buhn. Du Kack-Buhn. Ah, muss ich wieder hochklettern. Bäh. I. Bäh. Denn, ich mein, wenn ich schon eins sehe, will ich es auch haben. Wäre ja dumm, später nochmal hier hinzulaufen. Ah, Ezio, 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 Ezio. Zack, zack. Ah, da kann ich jetzt schön hoch. Das ist gut. Noch eins. Noch eins. So. Jetzt sind wir wieder oben. Gibt es hier eventuell einen Schatz? Gibt es hier einen Schatz? Gibt es hier einen Schatz? Nein, gibt es nicht. Also gehen wir hier hoch. Zack. so jetzt wird die karte gewälzt lichtern das kann jetzt kurz dauern weil ich jetzt nicht weiß wir sind auf jeden fall im kaiserbezirk müssten wir sein gucken wir mal wie sieht das aus oben das ist den haben wir nicht konstantinbezirk den haben wir auch nicht kaiserbezirk süd also müsste es der kaiserbezirk nord sein sieht auch so aus wir sind hier das ist hier das heißt wir haben dich hier die ich haben war gut das heißt wir können das ja alles erkunden ok das heißt wir sind müssen zudem hier noch kommen und 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 jetzt gucken wir mal da haben wir das hier ist von hier bis so runter das heißt die können wir noch nicht nehmen wenn wir wenn wir dem trauen dürfen ok wir könnten aber hier dann mal hinlaufen und gucken ob das jetzt so ist hier sollten wir auch irgendwo ein todessprung und zwar hier unten ein ausführen und schön in den rosenbusch das finde ich auch nice rosenbusch einfach rein oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah so ist das rot das ist uncool wenn es rot ist so erstmal hoch mit jetzt erst mal schön brav hoch mit dir so warnung schwergebiet glaubt ihr mich interessiert das haben wir hier auch eins ja also werden wir das gleich abgrasen wenn wir schon mal hier sind topik topikapipalast in den letzten jahren des des bizanischen reiches lagen viele der einst prächtigen kaiserlichen paläste in ruinen zerstört von jahrhunderten des krieges und der wirtschaft des wirtschaftlichen abstiegs nach der oberung durch die osmanen ignorierte man mit der zweite alle zuvor entwickelten kaiserlichen residenzen und wählte einen bauplatz an einem strategisch sicherer ort auf dem ersten hügel auf der landspitze der halbinsel der bau des neuen sultan palast genannt jenny sara g oder neuer palast begann im jahr 1449 und wurde erst zehn jahre später beendet obwohl bei nah jeder spätere sultan den komplex weiter ausbaute einigte der größten diese erweiterung wurde während das einige der größten diese erweiterung wurde während das einige der größten diese erweiterung wurden während der 50er jahre herrscher von süley 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 mann den prächtigen errichtet im folgenden jahrhundert war der topkapi palast das machtzentrum der sultane und beherbergte 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 alles was sie braucht um ihr reich zu regieren einen haren einen haren und frauen für die zukunft der dynastie zu erziehen und auszubilden den divan vertreffen mit dem hohen pforte eine kaserne für die jan jan und die residenz des sultans doch die geschmäcke der sultane waren notarisch wechselhaft und sultan bei bei sie der zweite verlegte seine residenz in den letzten jahren seiner herrschaft zeitweise nach edion im norden wodurch er unsere geliebten assassinen etwas mehr spielraum gab das palastgelände zu betreten ohne zu viel aufsehen zu erregen okay auf jeden fall müssen wir dahin das sieht aus wie ein schatz ist keiner da können wir weiter hoch da oben sieht es auch aus also was geben würde täuscht aber täuscht aber täuscht aber täuscht aber täuscht aber so hoch wobei könnte da oben was sein ich weiß es nicht gucken wir einfach mal denn hier gibt es sowieso nur ein datenfragment so ein datenfragment und zwar sollte das sich circa hier befinden dann haben wir das schon mal ich meine wir können ja mal hoch gehen um zu gucken aber da wird nichts um sein nee da ist nichts es ist nun richtig nice ausblick das sollte sich hier irgendwo befinden da hinten da kann man ruhig mit dem fall schon mal ein bisschen herum cruisen wo bist du fragment wo bist du wo bist du da bist du erwischt so scheiß kugelschreiber aber es ist durchgeschrieben das weiß ich dann das heißt wir können das hier und das hier noch holen und eine neue seite können wir holen oh ja dann können wir auch gleich sehen ob wir diese aussichtspunkte da unten na wobei so weit laufen wir nicht so weit müssen wir nicht laufen das nächste sollte sich gucken 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 hier 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 da bei diesem kleinen hügel erstmal müssen wir wo haben wir das das müsste sich hier befinden also nicht das was wir suchen sondern was anderes was wir suchen könnte das seien so in der mitte so in der mitte müsste hier circa sein aha ich sehe so hier sowieso keine wachen also können wir getrost rumlaufen einfach durch den kleinen tach heik holen wir unsere seiten wieder ich habe den namen leider vergessen wie sie wie sie heißen oder können wir auch was kaufen und zack hagi-irene das hatten wir schon oder hagi-irene nee das lesen wir was aber ein anderes ich habe gerade keine lust zu lesen wobei ich glaube ich werde das da werde ich wirklich mal kurz vor ende ein part machen wo ich alles vorlese dann ist es viel angenehmer würde ich sagen würde ich behaupten wo können wir raus hier können wir raus da oben müsste es sich befinden laut meiner karte das könnte auch durchaus sein und da ist kein aussichtspunkt das ist einfach nur ein turm könnte durchaus sein dass hier oben was ist wenn ich haben wir halt einfach den überblick da können wir nicht hoch müssen wir noch eins nach rechts so zack 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 die wollte ich haben also stimmt das doch das heißt laut meiner schlauen karte müsste das fragment sich hier befinden hier pie mal daumen geteilt durch 3,5 das heißt auf dieser spitze ja leider auf dieser spitze zack fallschirm ohja die fallschirme da benutze ich viele von und hepp so somit können wir somit haben wir uns ein kleines bisschen abgekürzt nicht viel aber ein kleines bisschen haben wir abgekürzt zack 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 wilder Ah du willst mich doch verarschen muss ich nach rechts nicht nach links hopp und hoch der war ganz an der spitze japp war es hier könnte sich jedoch wieder ein kleines schätzchen verstecken tut es aber nicht so und hoch mit der ich hoffe ich kann hier ein todesprung ausführen sieht leider nicht so doch da könnte ich einen ausführen habe ich gut bin ich gut somit haben wir das hier und können weiter zu 13 also auf meiner karte ist es mit 13 vermerkt das ist hier auch wieder sehr nahe gut oder haben wir einen schatz den nehmen wir natürlich noch gleich mit schatz erhalten und hier hoch sind ja nur 100 meter zu laufen dann machen wir mal ein bisschen dann gucken wir mal ich will noch nicht zu viel machen ich will dann vorerst nur das hier sammeln und dann wirklich die assassine fickt dich da ist es und da war auch ein schatz hat du bist weg somit haben dann können wir das hier auch gleich abschließen das werde ich bei jedem neuen gebiet machen so die ersten parts nächsten part will ich dann versuchen die schatzkarten zu machen haben wir ein buchhändler haben wir ein buchhändler ja haben wir gleich hier gleich hier sind buchhändler gleich um die ecke falls nicht sammle ich auf screen einfach noch ein bisschen geld und kauft die karten wobei rentiert sich das rentiert sich das aber ich denke mehr doch die kosten viel mehr wo ist überhaupt der buchhändler hier wir sind drin der buchhändler ist hier drin nee das ist eine bibliothek verarscht mich nicht muss ich mir zuerst so ein beschissenen buchen buchladen kaufen das ist doch beschiss das ist doch beschiss das heißt wir werden ich werde wirklich auf screen richtig 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 viel geld sammeln der nächste müsste laut meinem büschchen das weit haben wir noch gar nicht so weit haben wir die karte noch gar nicht hat heißt wir müssen doch die aussicht punkte noch machen beziehungsweise klubschen naja was soll's noch mal wieder in gegengesetzte richtung auffälligen modus antippen mehrere grüste anzureißen sie können lol 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 wo sind wir hier ach nee der passt schon der passt schon das ist nämlich der hier der hier optimal optimal und der nächste sollte sich hier befinden dann müssen wir's doch nicht machen das nächste fragment sollte sich hier befinden ich will darüber denn ich bin faula ist das zähne ich bin wobei das rentiert sich nicht schon doch darüber jumpen dort hätte ich jetzt nicht gesehen und da haben wir ja dann passt das das nächste soll hier ist das was wir als nächstes brauchen und hier unten auf der mauer müsste es sich müsste es zu finden sein das nächste fragment und wenn wir alles haben müssten wir 17 haben zwei vier fünf 22 kann das sein aber es sind noch sechs dann passt so auf 23 fragmente kommen dann haben wir schon über ein viertel darüber darüber und nicht darunter ist egal wobei das passt optimal erzähle ich wollte aber dass du da rein gehst denn da können wir später auch wieder runter der war mehr gelackt untersuchen renovieren wir jetzt einfach mal dann gucken ob wir noch eine karte kaufen denn da weiß ich sammeln 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 oder nein das reicht noch gerade bezweifle ich aber ich bezweifle dass es reicht ich bezweifle sehr dass es reicht ja 1117 arsenal schatzkarten galadobezirk haben wir schon kaiserlich ok das ist gut das heißt wir kaufen die die kostet noch 800 ich darf entweder finden wir jetzt noch irgendwo schätze die wir mitnehmen können falls nicht werde ich einfach suchen ich würde aber gerne da rausspringen so jetzt geht's danke sehr denn als nächstes sollte auf dem dach zu finden sein müsste sich hier irgendwo befinden oder ist es unten da oben ist es nirgends hier ist es nirgends da ist es nicht hier ist es nicht da ist es nicht also müssen wir wieder rein gut dass hier gleich eine ja eine oder ist es ja da ist es ja direkt jeder ist eine schatzkarte meine schatzkarte meine schatzkarte meine ich wenn du mir jetzt 1000 gibst welche richtig awesome wäre ich richtig aus und wer ist richtig aus und von dir datei ist hier wird das fragment und wir können es streichen jetzt müssen wir nämlich erst mal dich eliminieren erst mal dich eliminieren du nährst du nährst du nährst dich eliminieren und dann ist unser bekanntheitsgrad wieder äußerst weit unten das ist richtig nice von dir dass du wieder aufgetaucht bist komm her du bist so weit weg du bist da unten drin komm her komm her ende jetzt sind wir nicht mehr so bekannt und können uns wieder in anführungsstrichen frei bewegen danke sehr so als nächstes markieren wir uns gleich das nächste fragmentchen wieder mit knie wie du mit kniegt die schländen stuhl kniechen dann und zwar das nächste sollte sich hier befinden aber wir holen noch was anderes zuvor Attentat und zwar diese Seite hier somit haben wir alle Seiten im kaiserlichen Nordteil des Bezirkes ob wir den Südteil schon erkunden können weiß ich noch nicht das wird sich mit der Story also immer da wo wir neue Missionen haben werde ich das alles suchen deshalb muss ich da auch gucken das sieht aus wie der Teil der Karte wow der war knapp ja lassen wir da ein bisschen auf dem Boden auf dem Boden bleiben welcher konnte oder gehen wir wieder aufs dach gehen wir wieder aufs dach gehen wir wieder aufs dach da will ich fahren da will ich fahren da will ich mit fahren Meine Seil. Meine Seil. Mein Seil. So. Das sollte das Fragment irgendwo... Da ist es. Gefunden? Habs gefunden. Mein Fragment. Mein Fragment. Somit fehlen noch drei Fragmente. Wir sollten alle Aussichtspunkte haben. Denn weiter können wir leider noch nicht. Das nächste müsste sich... Laut Angaben. Hier befinden. Pi mal Daumen. Somit können wir uns auch wieder... Können wir mit diese Seilbahn fahren. So. Nach oben können wir sogar... Können wir einmal fahren oder können wir zweimal fahren? Weiß ich gerade gar nicht. Erstmal hoch mit dir. Oh, wir können hier auch noch fahren. Das ist gut. Das ist gut. Und das sehe ich schon. Da sehe ich es schon. Hopp, hopp. Spring doch, Ezio. So. Somit fehlen noch drei Fragmente. Die sind relativ nah bei... Also wir müssen nie mehr so weit laufen. Eins müsste. Eins, zwei, drei haben wir hier. Heißt das, es müsste sich hier befinden. Ungefähr. Pipapo, Pi mal Daumen. Dann kommen wir auf 23. Und das ist doch... Da hättest du jetzt nicht deine Klinge benutzen müssen. Oh, da ist ein... Schatz. Schatztruhe. 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 Meine Kiste. Meine Kiste. Ist zwar kein Schatz, aber meine Kiste. Was bist du? Was bist du? Herr, ihr seid nicht zufällig. Auf der Suche nach Arbeit. Die Lieferung... Okay. Okay, ja komm, machen wir. Ja, durch Zufall gefunden. Zack. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Aber... Wir werden es machen. Ich hoffe, du bezahlst gut. So 1000... Achala, machala. Wären gut. Ich weiß ernsthaft nicht, wie die Währung heißt. Da muss ich googeln. Damit ich das mal richtig aussprechen kann. Und sagen kann. Na, ich hab's Geld, weil ich das weiß. Weil ich weiß, dass sie... Äpfel heißen. Achala, machala. Macham. Ja. Ja, ja. Was soll man dafür machen? Wurde das auf meiner Karte eigentlich angezeigt? Ja, ja. Ich eile ja schon. Guck. Und wieder die gleiche Stimme. Beim Bürger, beim Buchhändler und bei Wachen. Das ist ein bisschen... Das regt mich ein bisschen auf. So. Jetzt müssen wir mit dir reden. Wir haben's gemacht. Und regieren. Oh, 500. Nice. Nice, dude. Nice. So. Das heißt, wir uns fehlen nicht mehr so viel. Das kann ich später locker stibitzen. Dann können wir uns die kleine Schatzkarte... Oh, da oben ist es. Können wir uns die... Andere Schatzkarte kaufen. Und im nächsten Part dann einfach mal schön brav anfangen mit den Schätzen. So, hier haben wir dich. Hier sollte auch ne Schatze sein. Auf jeden Fall. Hier, 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 hier. Direkt rechts daneben. Beim Buchladen. Direkt beim Buchladen müsste das sein. Und das ist rechts daneben. Beim Buchladen. Aber... Jetzt gucken wir mal hier. Das müsstest du sein. Das bist du. Dann ist hier so ne kleine Gasse. Und dann theoretisch müsstest du dich hier verstecken. Ich würde... Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid, 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 tut mir leid. Das heißt, du müsstest hier oben irgendwo... Irgendwo. Da war er. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen und hab's optimal markiert. Das heißt, da unten müsste noch eine Schatzkiste sein. Wenn man meiner Karte trauen darf. Da ist keiner. Also hat mich die Karte verarscht. Außer du bist hier. Nee, bist du nicht. Dann hast du mich verarscht. Ich bin sauer auf dich. Du bist hier. Du bist hier und dich haben wir sogar schon aufgemacht. Was mich doch nicht verarscht. Trafikkarte. Und das letzte ist circa... Dumm, dumm, dumm. Hier, hier, hier. Das ist das hier. Hier, hier. Müsstest du rein theoretisch. Die Karte ist... Müsstest du rein theoretisch. Hier sein. Hier sein, hier sein. Das könnte sein. All die Karte, dieses scheiß Logo da. Aber das nervt ein bisschen. Ist zwar... Das sieht man es nicht so genau. Die Karte habe ich auch nicht. Die ist auch nicht riesig. Sondern da sind zwei Karten. Jeweils auf einem DIN A4 Blatt. Also zwei Gebiete. Und ja, dann ist es ein bisschen unübersichtlich. Aber das macht nichts. Wir haben es. Wir haben es. We did it. Hooray. Beim nächsten Part geht es dann ab mit dem Schätzen. Wobei. Also Schä... Wobei sammeln... Kaufen wir müssen das... Also die ersten Schätze werden für hier sein. Und die zweiten für hier. Wobei sammeln wir das... Sammeln wir die Schätze erst, wenn wir... Wenn wir das südliche Bereich... Wenn wir den südlichen Bereich des kaiserlichen Bezirks noch haben. Ja, machen wir es dann. Beim nächsten Part geht es dann einfach mal... Geht es dann einfach mal schön brav beim... Beim Erinnerungsanfang weiter. Da werde ich hinlaufen. Und die Diebe werden was später machen. Diebesgilde Hauptquartier. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag ciao ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Weil Let's Play ist das Creed Revelations. Bis dahin. Ciao ciao.